Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Million das Netzwerk verwerben. 1985 soll in der Bundesrepublik ein Geräte der Nachricht errichtet werden. Weltzeit sind nun schon 355 Atomwerktoren in Betrieb und in Wagen. Nach dem Planenswert von Wiener Wörter sollen 100.000 Fälle bereits mehr als 2.000 sein. Geht auch beruflich, wenn die Aufmerksamkeit sind, die auch bei uns verproduktieren. Nach den Planenswert von Wiener Wörter sind nun schon 355 Atomwerktoren in Betrieb und in Wagen. Es ist gerade wieder hin, wir bringen die Nachricht zu. Die Vorräte am Reichsreichbass des Zahnen, das aus ganz deutschen Verbrauchern gebraucht wird, sind zumindest so bekannt wie die Löhreserven. Die hierzeit bekannten Randverkommen reichen geradeaus, die schon im Betrieb oder im Baugetrieb in der Tour und der Beziehungszeit von 40 Jahren zu versorgen. Die hier spricht die Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch die Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Ich bin Ihr Diener und Ihr Diener und Ihr Diener. Ich bin Ihr Diener und Ihr Diener und Ihr Diener. Radioaktivität 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 Musik Radio activity Is in the air for you and me Radio activity Discovered by Madame Curie Radio activity Tune into the melody Radio activity Radio activity Is in the air for you and me Radio activity Is in the air for you and me Radio activity Is in the air for you and me Radio activity Radio activity Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach feinem Einstellung mit der Hand Bauschen wir den Mäuseband Bauschen wir den Mäuseband Bauschen wir den Mäuseband Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020